Ich scherisch doch oft. Scherisch doch, Junge. Kannst du nicht richtig reden oder was? Ich bin da, also ich hab das leider. Ich bin da, das ist in meiner Generation. Verpiss dich, verpiss dich. Ist das ein Hurensohn? Ihr kleine Hurensöhne. Mit deinem Drecksschild, Junge, steckst du dir in den Arsch, Junge. Du Hurensohn. Ey, ich hab die Schnauze voll von solchen Affen, Alter. Hier, der Idiot. Ist das doch sinnlos. Könnte ich in die Fresse furzen. Tag und Nacht, Alter. Bis ihm das Schild aus der Schnauze wächst. Diese Pratze. Weil sie nicht schießen können, die Hurensohne. So, wird's gemacht, Jungs. Guckt euch das an, Junge. Braucht kein Schild. Ihr Nutten. Ihr Nuttenkinder. Eigentlich wollte ich dir Noobs sagen, aber mir ist das, was rausgerutscht. Er bietet den Aufklärungsüberflug, Alter. Wer soll das übersetzen, Junge? Mehr spekulärär. Spekulär. 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 Ich könnte dem das Schild in den Arsch rammen. Hier, hier hinten haben wir ein witzig kleines Arschlöchlein. Aber es ist gerade groß genug, um mit der Hand reinzukommen, Mummister. Bis es ihm zum Maul wieder rauskommt. Diesem Vollpfosten. Der läuft die ganze Zeit mit diesem Schätsschild. So ein Vollidiot. Wie war denn das möglich, bitteschön? Meine Mama sagte immer, Wunder passieren an jedem Tag. Es gibt Leute, die glauben nicht daran, aber es ist so. Ich drücke ihm rein und er knallt mich ab. Wieso fallen sie denn nicht um, wenn man ihnen in die Fresse haut? Ich verstehe das nicht. Ab geht die Post heute, Junge. Heute drehe ich hier durch. Dann muss der Mats euch wieder eure reingeschwängerten Arsche retten. Ist das die Möglichkeit. Und B ist auch schon wieder weg. Ich bin da. Fast. Hätte ich es nicht geschafft. Da. Verwalt. Aaaaaaah. 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 Ach komm, Alter. Leck mich doch am Arsch. Alter. Er hängt hinter diesem Drecksschild. Dieses Kind, Alter. Dieses dumme Kind. Junge. Lass dir von deiner Mutter eine Pamper anziehen. Da ist er wieder. Ich könnte ihm in die Fresse scheißen. Leck ihn um. Leck ihn doch nur um. Mann. Ehe du da so Hilfe von deinem Teammate kriegst, Junge. Da ist doch, da ist doch hoffentlich malz verloren. Und mein Mage steht an ihm. Was ist denn das? Was macht denn der da? Ach, der hat ein Schild. Ah, okay. Ah, das ist nicht geil. Was macht denn da mit dem Mage von mir? Och, der schlägt den zusammen. Ah, okay. Ich werde mal auf ihn schießen. Was ist denn das, Alter? Da liegt ja alles da. Teller, Minen, irgend so ein anderes Gerät. Hä? Wo sind meine Aufsätze hin? Kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Hä? Ihr wollt mich... Hä? Die war doch fertig gemottet, Alter. Alles bekommt durchgezogen. Warte, ich habe gerade Puls, Junge. Ich habe gerade Puls. Oh, du elender Waschlappen. Du fauler, dicker Fettsack. Kann man dich überhaupt nichts alleine machen lassen? Bist du denn zu nichts zu gebrauchen, du dummes Schwein? Soll ich mir an der Wand einen schuffeln, oder was? Stopp. Leck mich. Leck mich. Sniper habe ich auch weggesnackt, Junge. Ich lasse dich mit Angst zurück, Junge, in deiner kleinen Kammer. Hitman von mir, oder was? Hitman von mir, oder was? Oh, nein. Oh, nein. Meine Stellung. Leg ihn doch um! In Dreiteufels Namen! Morgen Nacht komme ich in deine Kajüte, und hau dir in deine dämliche Fresse, du dumme Sauder! Wo ist denn jetzt die scheiß Stellung? Mann, ich bin hier nur am Laufen. Alter, da lang geht's! Mitkommen! Komm, Punkte machen hier! Muss da der andere Pisspot da noch rauskommen? Ich könnte weinen! Ich bin hinter dir. Die Stellung wird verdient. Drei halten. Ich war eine Minute 31. Guckt's euch an, wie ich in der Stellung gehockt hab. Und die anderen glinzen. Komm, hau mir ab. Ihr seid ja Hochstapler! Hirnlose Hornoxen! Ihr seid unfähig! Dann nützt's auch nicht, 33 Kills zu machen. Weil wir das Spiel verloren haben. Abschussbest... Ach, das wollte ich doch rausnehmen. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Was mal cool war. Ich weiß gar nicht, wo das war. War das bei Cold War? Oder bei dem ersten Wunder Warfare hier? Also, das vor drei Jahren, glaub ich, rauskam. Da musstest du Marken sammeln und musstest abgeben irgendwo. Das fand ich cool. Der hat zwar dahinten gehockt und geschossen. Und ich hab seinen Laser gesehen. Aber egal. Meine Kanale muss ich nicht töten. Ach, ich dachte, da steht einer. Was war denn das? Ach, die Blumen! Ich klau deine Plakette, aber ich war gerade auf dem Weg. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn sie mich auch noch rumgelegt hätte. Meine Marke! Meine Keime! Meine Keime! Meine Keime! Meine Keime! Meine Keime! Ich hab mal Plakette gekriegt. Schön, Hinterrücks. Ah, so liebe ich das. In den fetten Rücken rein. Zack. Nein, er war schon tot. Alle schon tot. Ja, da war noch im Leben. Ey, diese Blumen. Diese Blumen irritieren mich. Die müssen weg. Ich lasse mich gerne vögeln. Oh, jetzt haben die schon wieder so einen Dreck am Himmel, Alter. Sie fetten uns auch gut ab. Ich laufe hier durch. Ich habe die Plaketten. Wir holen das noch, Jungs. Wir holen das noch. Hinterrücks hier rein in die Bude. Warte, ich mache mal eine Tür zu. Das war ja geil. Ihn beim Tür zumachen, den Schädel weggeballert. So liebe ich das. So will ich das immer haben. Pass auf, Nate. Hat nie wieder nichts gemacht. Naja, gut. Jetzt haben wir ihn erschossen. Ja, was willst du? Aber sicher ist das. Die Nate hätte eh nichts gemacht. Die Nate hätte eh nichts gemacht. Aber ich habe 17 Kills und 16 Magen geholt. Ist gar nicht mal... Da war ich gar nicht so faul, wie ich dachte. Ich dachte erst, ich habe hier übelst wenig Magen gesammelt. War schon ein schlechtes Gewissen. Das ist gut, mein Bester. Ich liebe dich dafür. Nicht so schnell. Das man aber auch nicht mehr am Sliden schießen kann. Na gut, da haben sie natürlich auch... Ein bisschen was von den Waffenkarmus. Das wussten sie ja wegnehmen, weil du kannst ja nicht mehr am Sliden Leute erschießen. Deswegen. Wir haben so viel gekürzt hier. Er war aber auch komisch zackig unterwegs, oder? Er ist da, dann schlagartig da. Ich bin immer noch hier. Schade, das wäre 1-8-Doppelkill gewesen. Wenn ich es nicht wieder vermasselt hätte. Muzzletoff. Oh, hier hinten ein gesteppter Bär, Junge. Hier hinten wieder die Post ab. Oder? Die Drohne ist ein echtes Geschenk. Nein, nicht einen. Es ist zu blödsinnig, du Ilem-Amateur, Anfänger, Sandhocker, talentloser Käsekacker. Oh, das wäre auch wieder so ein schöner Topelkill gewesen. Oh Mann, es wäre scheiße. Der Feind kann mich am Arsch lecken. Ich will meine Doppelkills. Wenn sie dir nicht im Rücken schießen können, können sie gar nichts. Ach, ich bin ja auch in... Ah, stimmt. Ich bin ja in ein bestehendes Game reingejoint. Nee. Oder? War das hier? Nee. Oder war das vorhin? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß es nicht mehr, 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 ich weiß es nicht mehr